Ja hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es ganz banal um die Kernstrategie, die Strategie für Neukundengewinnung oder die Neukundengewinnungsstrategie für B2B, Geschäftsanbahnung sozusagen, die letztendlich relativ einfach ist im Kern, weil sie sich auch nicht so recht verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich. Und einfach mal dieses Video kill the noise, also wirklich mal den ganzen Lärm abzuschalten, dieses ganze Tausend von Möglichkeiten und so weiter, wie man Marketing und Vertrieb machen kann. Jeden Tag wird man quasi zugeballert in irgendwelcher Werbung, hier ist das neueste Shiny-Object-Syndrom, hier ist das neueste Tool, hier ist das und das und das. Letztendlich im Kern der Sache ist es eigentlich ganz banal und deswegen dieses kurze Video wird nur ein 5-Minuten-Video. Mal hier in blau, rational, das heißt, wir haben hier letztendlich die erste Stufe, das ist das Ganze in Stufen eingeteilt. Die erste Stufe ist hier die Kontaktaufnahme über in der Regel Telefon oder so ein Zoom-Call. Und das ist der sogenannte Discovery-Call, ich kürze das mal ab DC. Discovery-Call, da lernt man sich einfach kennen, es gibt schon gewisse Schnittmengen, aber da gehen wir noch ein bisschen tiefer rein, um zu sehen, okay, passen wir zusammen, gibt es da Überlappungen und so weiter, gibt es da Schnittmengen. Ja, manche nennen es auch die Schnittmengen-Aroierung, ja, so ein bisschen geschwollener ausgedrückt. Und das Ganze dauert maximal 30 Minuten, ja, okay. Und wie kriege ich jetzt Leute in diesen Discovery-Call? Da gibt es eben hier ein paar Wege, ja. Es gibt hier einfach die banale Telefonakquise, ja, das ist der erste Weg. Es gibt halt Online-Werbeanzeigen, ja, es gibt Papier, ja, und dann gibt es halt noch meinetwegen Events, ja. Ja, und das sind so die Hauptdinger. Und ich würde auch nicht mal Broschüren, würde ich auch nicht unterschätzen. Ich hatte letztens zum Beispiel einen Discovery-Call, einen sehr, sehr, sehr hochwertigen Discovery-Call mit einem CIO, einer Firma, die über 500 Millionen Euro Umsatz macht, mit über 50 Ländergesellschaften, etc., etc., etc. Riesige Opportunity, ja, SAP-Opportunity. Und der hat uns im Zoom-Call gefragt, ja, im Teams-Call, Also, ihr könnt mir auch gerne Informationen weiterhin noch zukommen lassen über euch, ja. Lieber Dienstleister, auch gerne in Papierform, ja. Also, es gibt so einige, ja, vielleicht auch etwas ältere Herren da draußen, Top-Entscheider, die lieben es sogar, wenn sie mal wieder ein bisschen Papier in den Händen halten. Also, das hätte ich auch nicht gedacht, habe ich auch völlig unterschätzt, ja. Ja, also, nur viel dazu. Dann, die nächste Stufe ist dann letztendlich, ja, wieder ein Video-Call. Der sogenannte Deep Dive. Der dauert so zwei bis drei Stunden in der Regel, ja. Hier wird dann meistens ein NDA ausgetauscht, ja, sowas wie Pflichtenheft oder irgendwie sowas, dass man einfach schon mehr Substanz hat. Und das ist dann schon ein sehr substanzieller Call. Und das ist meiner Meinung nach auch der letzte Call, wo du hier quasi, das sind dann meistens, also, hier sind meistens zwei bis fünf Leute drin schon teilweise, ja, meistens zwei. Und hier sind meistens, äh, Minimum drei Leute, ähm, teilweise bis zu sieben oder mehr Leute. Also, das sind dann schon ganz viele Stakeholder mit dabei. Entsprechend ist dann natürlich auch der Aufwand höher, ne, weil so viele Leute investieren da Zeit rein. Deswegen würde ich auch sagen, dass die nächste Stufe ist dann der Workshop. Ja, und ich würde immer sagen, das ist ein bezahlter Workshop. Ja, und der dauert, ähm, in manchen Fällen vier Stunden. Das ist aber in der Regel viel zu wenig. Ähm, ich würde mal sagen, so ein bis fünf Tage. Im Fachjargon MT für Mann-Tage oder PT für Personentage, ja. Und der ist dann in der Regel so, was ich im letzten Video schon gesagt habe, so sieben bis achttausend Euro. Sorry, Euro. Ja, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Also, sieben bis achttausend Euro, ja. Ja, ich würde wirklich, das würde ich noch kostenlos machen, äh, vertrauensbildende Maßnahmen, Reziprozität aufbauen, äh, sozusagen dem Kunden so ein bisschen das Gefühl geben, ähm, er ist jetzt in der Bringschuld, ja. Also, das nächste, also man hat hier sehr viel Mehrwert erzeugt und so weiter, äh, sich noch besser kennengelernt und alles. Aber hier würde ich dann wirklich schon auch, ähm, also spätestens hier ist das Angebot, ja, als Folge. Ja, ja, und dann hier so ein bisschen Geld reinkommt, ne, dass quasi hier quasi wieder ein bisschen Geld zurückgespielt wird, ja. Ähm, hier dann die sechstausend, achttausend Euro können dann hier wieder in Telefonakquise, in Werbeanzeige und Papierwerbung und Events und so weiter halt wieder quasi sofort reinvestiert werden. Je nachdem, wenn du ein kleineres Systemhaus bist, ja, kannst du dir auch nicht leisten, dass du quasi den Sales-Zyklus zu bald in die Länge ziehst, ja, weil einfach du dann austrocknest, ja, auch wenn es noch so große Kunden sind oder sowas, ja. Also, das heißt also, ähm, selbst kleine Käufe, ähm, von fünf paar tausend Euro oder so, ähm, für, für Projekte, die dann vielleicht eine halbe Million oder eine Million wert sind, auch da bringt es wieder was, ja, allein schon, ähm, einfach um so ein paar von den Kosten zu denken und aber auch gleichzeitig um auch den Vertrieblern, ähm, ja, es ist einfach auch so ein kleiner Kick, ne, also wer echter Vertriebler ist, äh, weiß, was ich meine, ja. Ja, und, äh, ja, das ist letztendlich im Kern das ganze Ding, ja, und, ähm, hier kann man natürlich noch eine Sache einbauen, ähm, die viele komplett vernachlässigen im B2B und das hier ist, ähm, deswegen mache ich das mal rot, ist Remarketing, ja, über E-Mail und, äh, Pixel und solche Geschichten da, ja, also, äh, Tracking halt, ja, okay, so, das wird es gewesen sein, wenn du dann noch, das ist sozusagen das Kernsystem und, und da keine größere Komplexität und 10.000 Tools und was es da alles noch gibt und so weiter, das ist, ja, so kannst du Firmen skalieren, aufbauen, neun Kunden gewinnen, ja, bis zu 10, viele 10 Millionen, 100 Millionen, ja, überhaupt kein, kein Thema, also letztendlich, that's, that's what it is und im Kern nicht mehr, nicht weniger, wenn du da noch Fragen dazu hast, ein bisschen, ähm, kannst du gerne mich kontaktieren, in die Kommentare hauen, auf YouTube, ähm, und sonst ist das Video einen Daumen hoch geben und, äh, wenn du Bock hast auf eine Zusammenarbeit, können wir gerne einen Discovery Call machen, 30 Minuten, am Telefon oder per Zoom, hier unten findest du irgendwo den Link, ansonsten einfach mich auf meiner Webseite besuchen, klein-marketing.com, da sind auch ein Haufen Referenzen genug, ja, und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns auf der anderen Seite und unterhalten uns einfach mal in einem Zoom Call und schauen, ob wir da zusammenkommen, wenn du natürlich, ähm, Bedarf hast, ja, alles klar, bis dann, dein Thomas Klein, ich freue mich und tschüss, bis dann, happy hunting!